Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, Daily Vlog, mit eurem Xarok. Ja, heute ein wunderschöner Montag. Ja, ich freue mich heute, denn heute, meine lieben Freunde, ist mein Simulationstag. Ja, es war. Und zwar werde ich heute Airport Simulator 2019 spielen, Toad Truck Simulator 2013, Schwebebahn Simulator 2013, Warenhaus & Logistics Simulator, ich sehe gar nicht mal die Zahlen mehr, Train Mechanic 2017 und Car Mechanic 2018. Also wirklich jede Menge Simulationen heute spielen und aufnehmen. Und ich bin schon gespannt, was mich so erwarten wird. Ich habe überhaupt keine Ahnung, das sind wahrscheinlich irgendwelche zweitklassigen, drehtklassigen Spiele. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich, ich werde bestimmt lustig heute. Und bevor ich aber loslege, gewieße ich Kaffee. Ja. So. Und was machen wir noch heute? Ich weiß gar nicht. Vielleicht kann man nachher mal ein lustiges Video schon anschauen, haben wir schon länger nicht immer gemacht. Und ja, vielleicht ein bisschen mal so quatschen, können wir ja eigentlich auch mal machen, gehen. So, schauen wir mal. Ich glaube, die Hunde müssen auch noch raus, müssen wir auch noch machen. Okay, bis später. So, meine lieben Freunde, und zwar schauen wir uns heute wieder mal ein lustiges Video an von Rudi & Kleini. Und zwar die 7 Second Challenge. Finde ich ziemlich cool. Und ja, ich würde sagen, wir lassen uns überrascht, was genau das bedeutet und was genau sie da machen. Und ich sag mal, wir legen los. Hm, okay. Oh, das wäre aber was für mich. Klingt gut, klingt machbar. Ja, aber eine Sekunde hat er noch. Klingt gut, klingt gut, klingt gut. Das ist doch kein Essen mehr. Boah. Geweilt. Sieh mal vor, wenn ich es gerade irgendwas richtig ist, dann waren und dann... Hm. Aber wir machen echt alles mit. Das ist so krass. Boah. 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 Boah, krass. Auf die Idee muss ich erst mal kommen. Die Haare muss man schützen. Leid. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Was soll der machen? Sitz machen? Ich habe das jetzt nicht so... Mh... Naja, nicht ganz. Naja, nicht so... 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 Naja... Naja, nicht so... Naja, nicht so... Naja, nicht so... Naja... 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 Naja...